Hey Leute, gestern hat jemand von euch mich darauf hingewiesen, dass auf eBay Kleinanzeigen Garnelen mit unseren Bildern hier verkauft wurden. Da wollte ich mich erstmal bedanken, dass mir das gemeldet wurde. Und ich habe dem auch gleich geschrieben, der hat nicht geantwortet, aber die Anzeige war sofort offline. Ich wollte einfach nochmal generell sagen, dass es natürlich ganz fair ist, eigene Bilder zu machen. Nicht nur uns gegenüber, von wegen Bildrechte und so, ja gut. Aber auch gegenüber den Kunden, die natürlich irgendwie dann erwarten, dass es auch die Tiere auf den Fotos sind. Oder zumindest nah verwandt mit denen. Bei uns sind dann auch schon ein paar Generationen ins Land gegangen seit den Bildern. Die muss man ab und zu mal aktualisieren. Also falls ihr irgendwie Garnelen auf Kleinanzeigen verkauft, am besten immer die eigenen Bilder verwenden. In dem Sinne, bis dahin. Ciao.